Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja Leute, heute zeigen wir euch die Baureihe 118 und zwar die Dieselloch Baureihe 118 von der Deutschen Reichsbahn. Mit einem kurzen Nahverkehrszug, einem Dreiwagenzug nur. Solche Züge sind auch noch in der Wendezeit in den ostdeutschen Ländern unterwegs gewesen. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Dankeschön, Sie haben hier noch ein paar Sachen. Dann schbiegen wir doch ein paar Sachen. Dann schbiegen wir doch auch ein paar Sachen. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Ciao.